So. Ach, verdammt, das habe ich vergessen. Meine Dingsis zu Dingsen. Eigentlich habe ich sie gar nicht aufgesammelt. Äh, warte. Oh Gott, das ist kompliziert. Gegenstände einsammeln. So, okay. Und dann hiervon vier machen. Cool, okay. Ist hier noch was wichtig? Nein, ist hier noch was wichtig? Mein Rucksack ist voll. The Big Satch einfach. Ähm. Ist das schon mal gut? Ich glaube, das passt alles, oder? Keine Ahnung. Das wird schon hinhauen. Oh mein Gott. Wenn ich meinen 3DS gemoddet habe, müssen wir ganz dringend noch mal Fantasy Live spielen. Voll die gute Idee. Das war doch auch so ein comfy Ding, oder? Das war auch super gechillt und super gemütlich. Kann man die Dinge eigentlich noch im Multiplayer spielen? Oder sind die Server alle auch mit Nintendos, äh... Damn. Was war das denn? Okay, ich glaube, ich habe alle ermutigt. Oder sind die Server alle mit Nintendos eShop einfach jetzt off und können nicht mehr genutzt werden. Genau, Fantasy Live bekommt ein Sequel für die Switch. Irgendwie Fantasy Live I oder so. Also Fantasy Live I. Warum auch immer. Also, es gibt ja auch ein Sequel für Handys. Das heißt tatsächlich auch Fantasy Live II, aber das ist halt so ein Free-to-Play-Trash. So, das ist halt einfach... Das ist echt nicht gut geworden. Ich glaube, man kann auch online spielen. Okay. Diese Hühner sind einfach konstant. Warum sind die nicht hier? Die sollen eigentlich normalerweise nur in dieser Area hier rumlaufen. So, okay. Perfekt. Aber ja, das muss man mal rausfinden. Dann könnte man halt auch noch sowas wie Animal Crossing und Fantasy Live irgendwie ein bisschen zusammenspielen. Hey, Marion. Was geht ab? So, lass mich kurz nochmal in die Stadt laufen, damit ich da... Oh, da ist ein cooler Fisch. Den muss ich mir jetzt noch holen. Jetzt ist er weg, verdammt. Oder? Nee, er ist da vorne. Uff, ist das kompliziert. Komm schon. Hör auf, so zu sein. So. Den will ich haben. Ich glaube, die schwimmen ja eben am Kreis. Also von daher müsste er ja gleich eigentlich da hinkommen, oder? Oder? Ah, sehr gut. So, okay. Das heißt, wir können erst mal das da upgraden. Dann können wir noch die Schaufel upgraden. Und die Gießkanne upgraden. so, das ist doch schon mal ganz cool. Aber erschien das Fantasy-Live-Handy-Game jemals außerhalb von Japan? Zumindest habe ich da halt nichts mitbekommen, so. Daher, keine Ahnung. Das Spiel gibt es auch für die Switch. Ähm, genau. Ich glaube, ich kann jetzt einfach weiterlaufen. Echt? Das habe ich nicht mitbekommen, dass das tatsächlich rauskam. Ich dachte, das war Japan-exklusiv. Da muss ich aber auch dran denken, dass es ja so ein so ein Ni No Kuni-Spiel auch für die Handys gab, was halt so vier Tage mega den Hype hatte und dann habe ich nie wieder was davon gehört. Oder? Das habe ich mir nicht, das bilde ich mir nicht nur ein. Oder es gab nie ein Ni No Kuni-Spiel. Ah, warte. Ich muss noch den Krami aktivieren. Ugh. So. Ni No Kuni-Cross-Worlds. Spielt das noch irgendwer? Ja. Spielt das noch Spielt das noch aus. Aber nur Sek hat es gespielt. Ja, schade. Okay, in diesem brauchen wir schon Eisensiegel. Crazy. Und ja, das hier ist tatsächlich Stardew Valley sehr ähnlich. Wobei ich glaube, dass das hier tatsächlich noch mal mehr Wert auf so Multiplayer-Kämpfe und so legt als Stardew Valley. Da ist das dann immer noch so ein bisschen mehr auf das Farming konzentriert. Also, gravitazure-Rese-Resee-Resee-Resee-Resee-Resee-Resee-Resee-Resee-ReseeER habe, Apropos Stado Valley, oh mein Gott. Ich brauche ein iPhone 15 Pro Max, weil du damit einfach ohne Probleme das Ding an eine Capture-Karte anschließen kannst und das dann einfach super easy geht, Stuff damit aufzunehmen. Holy shit, und dann kann ich endlich Final Fantasy Ever Crisis aufnehmen. Let's go, so. Ich wünsche, das wäre nicht so mega teuer. Echt, Fantasy Live kommt dieses Jahr noch raus? Das finde ich krass. Das finde ich krass. So, ich glaube, das ist das Tiefste, was geht. Weil jetzt haben wir auch bald keine Energie mehr und ich brauche eh neue, neue Siegel-Dudes, um hier großartig was zu reißen. Und hier sind auch einfach nicht mehr genug Steine. Dann kann ich einfach gehen, glaube ich. Das ist okay. Aber hey, 15 von 25 ist schon mal ein ziemlich guter Wert, würde ich sagen. Am 19. Oktober? Krass. Ey, Cozy Game Fans essen zur Zeit einfach richtig gut. Also wer so eine Spiele mag, der hat zur Zeit echt richtig Glück. So, es kommt so viel guter Stuff raus. Das ist schon ein bisschen cool. Ich meine, das ist ja auch gut für mich, weil die meisten Leute, die mich schauen, mögen halt so eine Spiele. Daher bin ich gerne auch dabei, mehr von den Dingern hier zu spielen. Oh Gott, mach nicht so einen Quatsch. Aber wahrscheinlich brauche ich... Crazy. Ich glaube, es waren nur vier, das man immer brauchte, ne? Verrückt. Verrückt. Ich glaube, hier ist sonst alles soweit. Okay. Wenn wir uns beeilen, können wir uns noch ein Hühnchen kaufen. Das ist sogar eine Aufgabe für uns. Ich glaube, das hat sie eben schon, oder? Äh, möchtest du lernen, wie ein Karize sprechen? Ein freundliches Winken, kann man sich jetzt dabei rufen. Aha, oh, okay. Cool. Aber ich möchte mir noch eins kaufen. Hendrik. Perfekt. Perfekt. Uff. Bin ich gut. Das war's. So, dann kann ich Hendrik jetzt hier anmelden. Oh, sie schlafen. Cute. Cute. Love it. Okay, dann würde ich sagen, wir holen uns noch ein Hühnchen und zwei Hasen und dann... sind wir good to go. Oh mein Gott, es ist einfach Rare Butterfly. Rucksack voll, sehr gut. Verdammt. Ah, komm schon. Yes. So, bevor sie verschwinden... Cool. Zeit fürs Bett. Yes. Yes. Yeah. Na, na 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 net na 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 ... banking book.